Könnte damit das große Problem einer möglichen Mondstation gelöst werden? Tatsächlich könnte die Europäische Raumfahrtbehörde ESA einen Weg gefunden haben, wie man auf dem Mond Luft zum Atmen produzieren kann. Allerdings gibt es noch eine Hürde. Klicks um Science & Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Die European Space Agency, kurz ESA, hat große Pläne für den Mond. Und sie will eine Mondbasis bauen, die immer weiter wachsen soll und vom ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt aus gesteuert und überwacht werden kann. Sie soll nicht nur europäischen ForscherInnen einen Lebensraum auf dem Mond bieten, sondern für alle Nationen und Unternehmen offen stehen, die ihren Anteil an der Weltraumforschung leisten wollen. ESA-Chef Jan Wörner spricht von einem Monddorf. Neben Wohnraum, einer Strom- und Wasserversorgung braucht dieses Dorf aber vor allem etwas ganz Substantielles. Sauerstoff. Die Frage, wie man auf dem Mond an Sauerstoff kommen kann, stellen sich ExpertInnen schon lange. Jetzt scheint es einen echten Durchbruch zu geben. Die Lösung soll die Sauerstoffgewinnung aus Mondstaub sein. Diesen Staub, den sogenannten Regolith, kann man sogar von der Erde aus sehen. Er überzieht unseren Trabanten mit einer dicken, staubigen Schicht. Ist grau, extrem fein und sehr schwer. Die Substanz, die jetzt eine Lösung für die Zukunft der Raumfahrt sein könnte, hat ihr bisher vor allem Schwierigkeiten bereitet. Da es auf dem Mond weder Wind noch Regen gibt, werden die feinen Partikel nicht geglättet. Der Staub ist deshalb, also diese kleinen Partikel, messerscharf wie Glas. Und die Partikel sind etwa 50 mal feiner als ein menschliches Haar. Sie dringen durch kleinste Ritzen oder setzen sich auf Raumanzügen und Geräten ab und gelangen so ins Innere von Raumschiffen. So kann es zu Fehlfunktionen in Schaltkreisen kommen. Auch für unseren menschlichen Organismus ist der Regolith ein Problem, denn er kann über Monate in unseren Lungen bleiben. Alle zwölf Raumfahrer, die bisher auf dem Mond waren, litten unter dem sogenannten Mondheuschnupfen, der für Niesen und verstopfte Nasen sorgt. Wird der Staub über einen längeren Zeitraum eingeatmet, können sogar Lungen und Gehirnzellen zerstört werden. Bislang ist aber noch nicht vollständig geklärt, wie giftig der Mondstaub für Menschen ist. In einem Trainingsareal in der Nähe von Köln sollen demnächst AstronautInnen mit künstlichem Mondstaub konfrontiert werden, um mehr darüber herauszufinden und die Raumfahrerinnen auf die staubige Herausforderung vorzubereiten. Wie soll dieser graue Staub AstronautInnen nun beim Atmen helfen? Die Zusammensetzung des Regoliths macht ihn für dieses Vorhaben so wertvoll. Neben Oxiden wie Silizium, Calcium, Magnesium und Eisen enthält er auch einen Sauerstoffanteil, der bei durchschnittlich, Achtung, 43 Prozent liegt. Dieser könnte aus dem Staub gewonnen und als Atemluft genutzt werden. Das testet die ESA gerade in einer Versuchsanlage im Europäischen Weltraumforschungs- und Technologiezentrum in Nordwyk in den Niederlanden. Um den Sauerstoff möglichst effizient zu extrahieren, wird der feine Regolith mit geschmolzenem Calciumchlorid, einem Salz, gemischt und auf 950 Grad Celsius erhitzt. Dadurch schmilzt das Salz, der Regolith aber nicht. Dann leitet man Strom durch die Schmelze und der Sauerstoff löst sich aus der Verbindung und wandert durch das Salz, bis er von einer Anode, also einer positiv geladenen Elektrode, aufgefangen wird. An der Kathode hingegen sammeln sich die Metalle, die im Regolith gebunden sind. Der so aufgefangene Sauerstoff kann gespeichert und zum Atmen oder zur Treibstoffproduktion für Raketen eingesetzt werden. Vom Mondstaub bleibt nur noch eine krümelige Mixtur aus den verschiedenen Metallen, die man weiterverarbeiten könnte. Sie könnten zum Beispiel als Werkstoffe für den Ausbau und die Wartung einer Mondstation zum Einsatz kommen. Ziemlich praktisch, da Baustoffe auf dem Mond bekanntlich sehr begrenzt sind. In einem vergleichsweise kleinen Umfang funktioniert dieser Prozess bereits. Er war übrigens ursprünglich gar nicht zur Sauerstoffgewinnung gedacht, sondern um an seltene Metalle zu gelangen, die in der Erde zum Teil nur als Spuren vorkommen. Die britische Firma Metalsys hatte den Prozess entwickelt und dabei die Extraktion von Gasen entdeckt, die eigentlich nur ein Nebeneffekt war. Die ESA hat den Prozess übernommen und will ihn in den kommenden Monaten weiter optimieren. Die benötigte Betriebstemperatur soll weiter reduziert werden, da die Erhitzung noch eine große Menge elektrischer Energie verbraucht, die auf dem Mond nun mal Mangelware ist oder man müsste halt riesige Solarkraftwerke bauen. Das Ziel ist die Konstruktion einer Testanlage, die ohne viel menschlichen Einsatz auf dem Mond funktionieren kann. Dann könnte man eine Art Sauerstofffabrik auf dem Mond bauen, die schon vor der Errichtung einer Mondstation einen Vorrat an Atemluft anlegen kann. Wobei wir auf dem Mond wahrscheinlich eher Höhlenmenschen werden, Mondstationen, Eishöhlen auf dem Mond entdeckt, anklicken, anschauen und Clixoom Science & Fiction abonnieren. Es lohnt sich. Bis dann. Bleibt dran.